Jetzt an alle, die sich ein gutes Leben wünschen, kommen Sie zum ersten Autarkie-Kongress. Ich habe das Programm gehört und gelesen, es ist sensationell. Es sind genau diese Themen, die wir brauchen, die jetzt in Zukunft nicht nur wichtig sind, sondern die sind lebensnotwendig. Aber das Tolle an dem Kongress ist auch, dass Sie positive Beispiele sehen werden, wie es funktioniert und wie es besser geht. Und dann gibt es natürlich auch mehrere eigenen Ideen, dass Sie die vielleicht auch einbringen und dass diskutiert wird. Also ich glaube, das wird ein geiler Kongress.